moin moin leute willkommen zu einem neuen video heute mal ein video über eine community frage und zwar hat der liebe big 610 gefragt wie man denn im firefox browser die favoriten leiste mehrzeilig gestalten kann kurz zur erklärung wir haben ja ansonsten immer nur eine zeile favoriten nur ansonsten stapelt sich das ganze und er möchte das ganze halt einfach auf mehrere zeilen aufgebrochen haben dazu müssen wir das layout von firefox etwas verändern das geht halt nicht mit dem chrome oder mit den explorer aktuell wüsste ich nur dass es halt im firefox geht das bei uns heute einfach dementsprechend anschauen dazu müssen wir halt folgendes vorbereiten wir müssen schauen dass wir im firefox das layout auch bearbeiten können das werden wir uns gleich anschauen und wir müssen zwei neue dateien und ein ordner erstellen das werden wir dann in den profilen hinterlegen damit der fox die dateien nehmen kann und dann weiß was er für ein layout überhaupt darstellen muss das heißt wir gehen jetzt erstmal den fahrer fox gucken uns an ob wir das layout überhaupt arbeiten können dazu geben wir folgendes ein baut doppelpunkt konfig genau ja ich möchte das video akzeptieren jetzt müssten wir einen einstellungsnamen suchen das habe ich hier schon mal vorbereitet damit sich ganz lange dauert außerdem sind die zeilen ganz schön lang so das geben wir einmal hier ein und dann sehen wir okay jetzt das heißt wir können das dementsprechend bearbeiten das layout wir könnten jetzt auch hier wechseln dann ist es vor also falsch dann könnten wir es halt nicht bearbeiten würde er dementsprechend die abwendung des layout zeit so nicht annehmen gut haben wir das schon mal erledigt jetzt müssen wir einmal den ordner finden wo die profile vom firefox versteckt sind das ist in den app datas und die sind immer als versteckte ordner hinterlegt das heißt die müssen wir erstmal sichtbar machen dafür gehen wir einmal in die systemsteuerung in die explorer option die ansicht dann können wir auch gleich anzeigen dass eine erweiterung bei unbekannten dabei bekannter teil team ausblenden das brauchen wir noch und ausgeblendete dateien anzeigen so jetzt finden wir auch den ordner dazu gehen wir einfach in die benutzer gehen in die app data in den roaming ordner bei mozilla firefox profile und dann einfach in das profil da haben wir dann dementsprechend die ganzen dateien dort legen wir uns einen neuen ordner an der nennt sich jetzt der chrome das ist ganz wichtig dass der so heißt ich habe wert auch übrigens alle links wo das normal drin steht noch mal mit in die video beschreibung passen packen dass sie das alles selber auch noch mal nachvollziehen könnt und wisst wie das funktioniert so jetzt erstellen uns zwei text dateien die werden wir nennen user chrome.css user chrome.css ja wir möchten das abändern wir wissen was wir da tun ab und zu mal und die andere nennt sich user content.css ja auch hier dieselbe federmeldung ja auch das wissen wir so auch das habe ich schon mal vorbereitet das ist der code dem wir hinterlegen müssen damit das ganze auch funktioniert diesen code werden wir jetzt einfach in beide dateien hinterlegen so noch kurz speichern jetzt können wir das schließen und jetzt rufen uns fahrer fox auf und dann sehen wir jetzt haben wir hinten keine auflistung mehr sondern er hat eine zweite zeile angefangen so wird er dementsprechend die zweite zeile noch voll machen und dann halt mit der dritten zeile dann anfangen gut ich hoffe ich euch hat das gefallen euch hat es was gebracht ansonsten lass gerne einen kommentar da falls ihr noch irgendwas wissen möchtet lasst gerne ein abo da und ein daumen nach oben würde mich freuen und bis zum nächsten mal